Guten Morgen! Guten Morgen, ihr Lieben! So, ich denke, es müsste alles funktionieren. Guten Morgen, ihr Lieben! Guten Morgen! Ich habe mich sehr auf euch heute Morgen gefreut, denn dieser Morning Flow Club, der erste im November, im goldenen November, der ist für mich ein bisschen ein besonderer, denn ich habe einen so schönen Plan gehabt für das Thema heute. Und es passt so wie Faust aufs Auge, passt es zum Thema von letzter Woche, nicht das Thema, sondern die Art und Weise, wie es entstanden ist. Und zwar, ich saß da und habe den Morning Flow Club geplant und während ich da so saß, kam mir eine Idee, eine Intention, eine Intuition, nein, eine Intuition, letzte Woche habe ich es geübt, eine Intuition, etwas ganz anderes zu machen. Und zwar, in der letzten Woche war ja die Intention, hallo Intuition, wie ich mir so einen Zungenbrecher ausdenken konnte, verstehe ich bis heute nicht, aber es ist, wie es ist. Und zwar war ja die Intention, lasst auch die Intuition öfters teilhaben und schaut mal bewusst, wann die Intuition zu euch kommt. Ich habe sowas von mit meiner Intuition in der letzten Woche gekämpft. Ich habe an zwei Stellen gänzlich vergessen, weshalb und wozu ich etwas mache. Das heißt, ich habe schon versucht, im Flow mich mitzubewegen, aber ich habe permanent gemerkt, da war so ein Gefühl, hey, das ist nicht richtig. Und zwar ging es um einen Blogpost zum Thema Intuition und dem inneren kreativen Raum. Ein Teil meiner persönlichen kreativen Routine, die ich täglich anwende und die auch ein wichtiger Teil in meinem Kreativitätscoaching ist. Ich habe vergessen, weshalb ich das Ganze mache. Der Artikel ist Hölzern geworden. Diese tiefe innere Freude an, diese tiefe innere Freude, wartet mal ganz kurz, lasst mich mal hier kurz schauen. Das schaut aus, wie wenn alles gut wäre. Entschuldigung. Diese tiefe innere Freude daran, dieses Thema jetzt zu bearbeiten, ist in den Hintergrund geraten, weil ich, ja, der Gedanke, den ich hatte, diese Intuition, in diese Richtung zu gehen, war richtig, aber hat nicht mit der Intention gepasst. Kompliziert, ich weiß. Und ähnlich ging es mir, als ich den Morningflow Club für heute vorbereitet habe. Der ist hier in meinem Buch. Fix und fertig steht er hier. Und als ich gestern dann da saß und die Liveplanung machen wollte, ist mir aufgefallen, nee, das ist nicht richtig. Das ist heute nicht richtig. Das ist heute nicht dran. Was heute dran ist, ist Träume weiter. Denn ein ganz, ganz wichtiger Teil davon, ob ich für etwas losgehe, ob ich etwas entwickle, mit vollem Herzen, mit voller Überzeugung, ist, wenn ich auch Träumen folge. Und ich, für meinen Teil, ich bin eine leidenschaftliche Träumerin. Ich träume, was das Zeug hält. Ich finde das, ich habe schon immer unglaublich gerne geträumt. Ich weiß noch, wenn wir früher irgendwo hingefahren sind mit dem Auto, ich habe das so geliebt, mich jetzt hier hinzusetzen, meinen Kopf an die kühle Scheibe zu lehnen vom Auto, so halb rauszuschauen und zu träumen, abzutauchen auf dem Schulweg. Ich weiß bis heute nicht, weshalb ich immer heil von der Schule nach Hause gekommen bin, weil ich habe es so geliebt zu träumen, in irgendwelche Welten zu flüchten. Ist halt die Frage, bin ich geflüchtet oder habe ich mir nur eine weitere Option geschaffen, eine weitere Option von Leben? Tatsächlich ist heute diese Übung, sich parallel Leben aufzubauen, ebenfalls ein essentieller Teil von meinem Coaching. Und wenn ich jetzt wieder zurückgehe, ich hoffe, ich bin heute nicht zu wirr, weil das ist hier ein richtiger Free Flow. Ich mache das aus, ja, richtig aus dem Bauch raus. Es war mir wichtig, das jetzt hier heute so zu machen. Ich hatte eine Struktur angefangen, aber bringt nichts. Zurück, Fokus, Träume. Also, all die Träume, die in meinem Leben immer wieder gekehrt sind, sind heute noch Teil meines Lebens, beziehungsweise heute Realität. Ich habe einen Traum gehabt mit zwölf, damals war ich auf einer Insel, Langeoog war das, mit meiner Ziehfamilie, sehr, sehr, sehr enge Freunde, die, ja, die wichtiger Teil meiner Kindheit waren und der Junge, mit dem ich aufgewachsen bin, wie mein Bruder. Und dort waren wir und es gab auf dieser Insel einen sogenannten Inselmaler. Ich weiß nur noch, er heißt irgendwas mit Anseln. Ich müsste es mal wieder recherchieren. Und wir sind an seinem Atelier immer vorbeigelaufen, wenn wir zum Strand gegangen sind. Dieses Bild auf einer Insel, also abgeschottet zu leben, zu malen, dieses Gras, er hat hauptsächlich Gräser gemalt, das Gras auf diesen Dünen, der Wind, das hat mich unglaublich beeindruckt. Das wollte ich gerne machen. Es hat mich begleitet, dieser Gedanke, der damals kam, als wir an diesem Atelier vorbeigelaufen sind. Das hat mich begleitet bis heute. Und wenn ihr ein bisschen mir folgt, dann wisst ihr, dass mittlerweile meine Familie, mein Mann und meine Kinder und ich, dass wir tatsächlich in Kanada auf einer Insel sind. Dieses Jahr konnte ich dort nicht arbeiten und malen. Der Grund kennen wir alle. Aber in einer Form hat sich genau das bewahrheitet. Der Kern, der Kern von diesem damaligen Traum. Diese Isolation, diese Konzentration und das Gras, der Wind, der sich bewegt hat. Ich habe noch mehr von solchen Träumen, die in irgendeiner Form, vielleicht auch nur in abgewandelten Form, Realität geworden sind. Und vielleicht denkt ihr mal an eure Träume auch zurück. Denn das ist die Intention für diese Woche. Träum weiter. Bitte träum weiter. Schaut euch doch mal an. Was sind eure Träume gewesen? Ich werde euch nachher etwas zeigen. Eine kleine Methode, mit der ich meine Träume mir immer wieder vergegenwärtige. Aber davor möchte ich gerne noch auf einen anderen Aspekt der Träume eingehen. Jetzt brauche ich mal einen Schluck Wasser. Und zwar Träume. Träume sind ein Motor, sind der Motor vielleicht von unserer Kreativität. Egal, was Menschen erschaffen wollen, ob es bei einem Auto ein Buch ist, ob es ein Tänzer ist, ob es ein Schauspieler ist, ob du ein Business aufziehen möchtest, ob du ein Projekt, einen Verein starten möchtest. Egal wie, der Motor ist ein Traum. Und die Idee, die findet in deinem Inneren statt. Die findet in deinem Kopf statt, in deinem Herz statt. Und der wichtigste Aspekt für ganz, ganz viele erschaffende Menschen ist, aus dem Träumen rauszukommen, in die Realität. Dieses Gleichgewicht aus Träumen und Umsetzen, wahr machen. Viele haben genau da die Bruchstelle, die Blockade, wie ich auch immer wieder sage. Wie schaffe ich es, aus dem Träumen rauszukommen, ins Umsetzen und dabei immer noch den Traum, den Traum wahrzuhalten, frisch zu halten. Wie schaffe ich es, die Motivation zu nehmen, zu nehmen, die der Traum mir gibt und die Realität, das Reality-Testing nicht den Traum zerstören zu lassen. Denn wenn das wiederum stattfindet, dann kommt Frust auf. Und eines der zentralen Punkte, gerade wenn du zum Beispiel ein Business aufbaust, wenn du ein Blog aufbaust, wenn du eine Idee sichtbar machst oder wenn du ein Buch schreibst, ist tatsächlich diese Kunst, dir immer wieder klarzumachen, warum schreibe ich? Warum? Was ist der, was ist die Essenz von dieser Geschichte? Was ist der Herzschlag von dieser Geschichte? Und ich bin mir ganz sicher, dass viele von unseren Ideen, die wir haben, die uns antreiben, etwas zu realisieren, mit diesen Träumen zu tun haben. Wenn ich an Träume denke, dann, und jetzt wartet mal ganz kurz, lasst mich mal hier kurz schauen. Das ist alles okay. Hier ist auch alles okay. Ich denke, auf Facebook läuft auch alles richtig, ja. Wenn ich an Träume denke, es gibt den Spruch, Träume sind Schäume. Das mag zutreffen. Vor allen Dingen, weil, ja, nichts, das ist ein super Bild. Badewanne. Wasser läuft in die Badewanne rein. Wir geben Schaum dazu, dieses Schaumbadzeug. Und dann fängt es an zu wachsen. Fangen an, diese Blubber immer größer zu werden. Es fangen an, sich Berge zu formieren. Und genauso ist es, wenn du Träume näherst. Aber diese Schaumberge, die platzen auch gerne. Die platzen irgendwann, ich kann dir jetzt nicht sagen, weshalb die Seife platzt wahrscheinlich, wenn irgendwann die Oberflächenspannung von den einzelnen Bubbles sich auflöst, platzen sie. Das heißt, ich muss es mir immer wieder vergegenwärtigen, damit ich die Kraft mitnehmen kann. Was du machen kannst diese Woche, und das ist mit der Intention Träume weiter verbunden, dir bewusst machen, von was du träumst. Was waren deine Träume? Und jetzt geh mal zurück. Geh zurück in deine Kindheit, zu deinen alten Träumen. Geh auf Traum-Safari. Das ist ein schönes Wort, Traum-Safari, ja. Geh auf Traum-Safari und heb diese Schätze aus. Dazu hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder zurückgehen in die Momente, die dir immer noch heute bewusst sind. Also sprich, Dinge, an die du dich erinnerst aus deiner Kindheit. An diesen Punkten hängen auch immer Träume und Gedanken. Denn unsere Erinnerungen kommen ja nicht nur mit diesen Bildern, sondern sie kommen mit so vielen einzelnen Facetten. Dann hast du einen Einstieg gefunden sozusagen in deine Traumwelt. Und jetzt denk mal weiter. Von was hast du geträumt? Wolltest du ein Pferd haben? Wolltest du reiten? Wolltest du fliegen? Wolltest du, ja, wolltest du, wolltest du ein Superstar werden? Hast du vielleicht jeden Abend oder jeden, was weiß ich, Samstagabend, wenn irgendeine spezielle Show im Fernsehen lief, die Stricknadel deiner Oma genommen oder deiner Mutter genommen, um mit ihr als Mikro über die Bühne zu schweben? Oder hast du in der Werkstatt von deiner Familie mit Schrauben, mit Hölzern gearbeitet und geträumt davon, dass dieser Wagen, den du jetzt hier gerade baust, zu einer Maschine wird? Denk mal darüber nach. Was ich mache, normalerweise nutze ich, ich glaube jetzt auf Instagram wird das Ganze jetzt wieder gespiegelt sein, während Facebook müsste richtig rum sein, wenn ich das richtig weiß. Ich benutze wieder mal hier einen von meinen Leinwänden, denn von denen habe ich genügend. Ich wähle in meinen Büchern mir eine größere Fläche, in meinen Notizbüchern und schreibe in die Mitte Träume. Und jetzt kannst du anfangen, um diese Träume herum mit meiner geliebten Mindmapping-Methode mal aufzuschreiben, von was hast du geträumt als Kind. Und ich würde dich jetzt mal bitten, einen Strich in der Mitte hier dir reinzumalen. Warum? Weil, sammel dir doch diese Woche mal einfach auf der einen Seite dieses Blattes auf, was du alles an Träumen erinnerst. Und es geht jetzt hier nicht um die Quantität. Es geht jetzt nicht darum, dass du hier einen Hammer nach dem anderen raushaust. Vielleicht ist da nur einer, an den du dich erinnerst. Vielleicht zwei. Wer weiß, vielleicht kommt über die Woche noch mehr. Sammel auf dieser Seite deine Träume. Ich schreibe jetzt hier mal gerade hin. Bei mir war das Inselmalerin. Das war einer meiner Träume. Ich mache immer gerne einen Kreis drumherum, um das Ganze abzuschließen zu den anderen. Was war ein weiterer Traum? Ein weiterer Traum von mir war, ich wollte eine Forscherin werden. Ich wollte Länder entdecken. Ich wollte, eigentlich hier ein paar Jahrhunderte versetzt, wollte ich wie Sibylle von Merian durch die Weltmeere segeln und Kontinente und Pflanzen entdecken. Ich wollte sie natürlich auch malen, klar. Aber ich wollte entdecken. Ich wollte eine Deckerin werden. Entdeckerin und Malen. So, schreib das dir auf. Sammel dir das zusammen. Und ich sage dir, es macht unglaublich Freude, so eine kleine Safari zu machen, so eine Traum-Safari. So, jetzt hast du hier die andere Seite. Überleg dir doch auch bitte mal in dieser Woche, was von diesen ganzen Aspekten, die hinter der Inselmalerin jetzt bei mir zum Beispiel steckt, heute in deinem Leben zu finden ist. Beziehungsweise, was hast du realisiert? Und du wirst sehen, es ist wirklich frappierend, wie viel von unseren Träumen aus unserer Kindheit wir unterbewusst in unser Leben holen oder geholt haben. Und natürlich, es findet nicht alles immer eins zu eins statt, aber es sind Fragmente. Es sind Fragmente, die wir aufnehmen. Und das ist dieser kreative Antrieb. Dieser kreative Antrieb, den wir nutzen können, um Dinge umzusetzen, um Dinge wahrzumachen, die uns ganz wichtig sind. Sie sind nämlich wie ein Ausrichter. Ein Ausrichter für das, was uns tatsächlich wichtig ist. Verspätet, eigentlich wollte ich es ja letzte Woche machen, wird heute ein Blogpost geplatziert werden zum Thema Intuition. Zum Thema Intuition und kreativer innerer Raum. Ich habe es ja vorhin schon angekündigt. Dieser kreative innere Raum, in dem wohnen auch all diese Träume, die wir haben, all diese feinen Facetten, unsere Schaffenskraft. Und es wird zu diesem Blogpost auch eine Meditation geben, die ich für mich immer wieder aufs Neue mache. Wenn du Lust hast, dann schau rein, schaust dir an, hörst dir an und mach mal eine Reise zu deinem inneren kreativen Raum. Das sind jetzt hier zwei To-dos, die ich da habe. Die eine Anregung, die Intention für diese Woche. Träum weiter. Erinnere dich an deine Träume, überlege dir, wo deine Träume sich heute mit befinden und inwieweit deine Träume Antreiber für dich sind, mehr zu erschaffen, mehr zu erreichen. All das zu realisieren, was so wichtig ist. Und das Zweite, wenn du Lust hast, hör dir den Podcast an beziehungsweise schau auf meine Webseite und mach doch diese Meditation, die ich dir eingesprochen habe. Und damit kommen wir auch schon zum Ende. Zum Ende von diesem Morning Flow Club, der, ja, der Erste war, der wirklich frei war. Und es war schön. War schön? Ja. Vielleicht mache ich das wieder. Schreibt mir doch, gebt mir doch Bescheid, ob ihr, wie ihr das Thema fandet, wie ihr geträumt habt. Schreibt unter dem Post den jeweiligen, gebt mir Rückmeldung. Rückmeldung ist so ein wichtiger Part. Und dann möchte ich euch wie immer einladen, auf meine Webseite zu gehen und dort meinen kostenlosen Blockadentest zu machen. Findet raus, was eure Kreativität blockiert. Findet raus, was euch heute zurückhält. Was euch zurückhält, das zu realisieren, von was ihr träumt. Ich wünsche euch eine wunder, wunderbare Woche. Träumt weiter und vor allen Dingen lasst es schillern. Bis nächsten Montag. Ich freue mich schon. Tschüss! 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 Vielen Dank.